Die Frage ist auch, testen wir oder werden wir getestet? Wie aus Matschbernen echte Tötungsmaschinen werden? Seite 70. Ja. Wie groß bist du, Testsubjekt? 1,45. Seit wann kann man Abfall so hoch stapeln? Moment, das ergibt keinen Sinn. Abfall wird durchschnittlich 2,30 Meter hoch gestapelt und das weiß ich sogar. Testsubjekt? Deine Mutter ist so... Hm, das ist ja widerlich. Trainiere einfach weiter, während ich mir das hier ansehe. Idee? Mit dem Laser da? Buch? Buch? Ja. Äh, die Turrets da kaputt machen. Ach du hast gehört zum... Ja, ich hab dich, ich hab dich ein bisschen... Schnell die ganze Zeit, warum kann ich mich nicht bewegen? Ja, warte mal, ich... Ne, das ist jetzt auch so... So, bleib mal da oben. Ah, da kann man runterfallen. Und da an? Ähm, dann fliegt man. Ich weiß nicht... Das ist bestimmt für hier, um hier hochzukommen. Hm. Ich hab ja das direkt am Anfang jetzt genutzt. Einfach zu springen. Ups. Okay, wir brauchen auf jeden Fall das Ding... Ah, du musst glaube ich runterkommen. Okay. Obwohl, ne Mist. Ne. Obwohl... Der Problem ist, wir müssen den Laser... Achso, ne. Aha, das geht dann zurück. Ah. So, und jetzt? Da hinten kann man einen Würfel. Ja. Vorher müssten wir die Dinger hier aber kaputt machen. Ja, aber wie kommen wir da jetzt... Kriegen wir irgendwo einen Würfel? Ist super. Nein. Oh. Kann er mich hier anschießen? Ja. Kann er. Hm. Ich weiß wie... Du weißt wie? Da... Müssten wir... irgendwie... dann... Warte, hier ist kein... Sonst hätten wir ja da durchgefunden. Ja, was? Warte, ah. Ah. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich... Ich sehe es. Ähm. Warte. Warte so. Nein. Bloß nicht so. Falsch rum. Ja, ich habe es auch gerade gemerkt. Nein, 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 nein. Setz dein Portal einfach hier hoch oben hin. Ja, und eins einfach da hin. Dann mach ich nämlich das hier. Okay, ja. Ja. Und sobald du da drin bist, reverse ich das. Ne, du kannst dann... Äh. Pfe. Aber... Warte. Äh. Du kannst deine Portale... Ja, ich muss dich ja da drüben irgendwie hintreiben, ne? Ja. Aber wie... Achso, da oben. Ja. Ne, warte. Ich bin jetzt hier oben. Das heißt, du kannst mit den Portalen machen, was du willst. Oder? Ne, ich muss auch... Stimmt. Und jetzt setzt du... Komm her. Doch. Pass auf. Komm her. Du setzt eins hier hin. Und eins hier hin. Dann machst du nämlich den Laser. Und jetzt setzt du den Laser woanders hin. Schnell. Oder... Ne, lass... Ne. Doch, 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 doch. Kannst du den irgendwo anders hin schießen? Einen deiner... Eins deiner zwei Portale? Und jetzt kommst du da drüben raus. Äh. Ich muss schnell den Knopf drücken. Äh. Das ging nicht. Da ist Gülle. Ja. Du darfst jetzt nicht sterben. Ich... Ich... Ich hab's gesehen. Warte. Da ist Gülle. Oh, warte, 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 warte. Du musst... Komm, komm runter. Hallo? Ich muss den Laser bedienen. Warte, du setzt eins hier hin. Und eins da oben. Oh? Aber vorher musst du da rein. Ja, erstmal setzt du eins hier hin. Genau, dann gehst du da rein. Ach, ne, warte. Warte, komm zurück. Du setzt eins von deinen da oben hin. Ja. So, dann setze ich... Das... Dann kannst du jetzt reingehen? Ach, nein, kannst du nicht. Weißt du, was wir machen müssen? Warte, warte, warte. Vorher muss ich da erstmal hochspringen können. Weißt du, der einfachste Weg wäre, wenn du jetzt einfach nochmal da rein springst, so wie... Also, wenn du jetzt nochmal kaputt gehst und dann von der Plattform wieder da rein springst, so wie am Anfang. Dann geht aber mein Portal da hinten kaputt. Stimmt. Scheiße. Wäre zu einfach gewesen. Ich weiß nicht. Pass auf. Ja, aber du darfst... Jetzt ist dein Portal da hinten kaputt. Ja, aber das kann ich wieder setzen. Oder? Nein, warte, warte, wenn ich das setze... Was ist ein Problem? Kann ich dich hier einfach runterfahren? Warte, warte. Warte, warte. Warte, kann man irgendwas machen können. Vorher muss ich da sitzen, oder? Dann würde ich auch einfach nur fallen. Genau, du hast das rote, warte. Und jetzt... Versuch nach, äh, hier außen rauszukommen. Und ich muss meins dann da setzen. Genau, und deins dann da um. Und jetzt fange ich den Laser. Wenn du den Knopf gedrückt hast... Und da kommt der Würfel, Würfel... Ja, der Würfel komm raus. Ach so, ach, ich muss ihn noch fangen. Genau, du musst noch den Würfel einfangen. Sehr schön. Ahhhh. Und jetzt kannst du ja raus und den Würfel mitbringen. Nee, Würfel komm mit. Und jetzt den Würfel so lenken, dass er da drüben eingeht. Ja. Oder du machst erstmal die Turrets kaputt. Das ist sogar noch schlauer. Und jetzt gucken, dass der da drüben hin zeigt. Da? Nee, hier. Guck mal hier rüber. Ach da. Okay, da kümmern wir uns dann drum. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir den Ball da in das Loch kriegen. Und das machen wir... Wie? Wie? Was macht denn das hier? Das schiebt einfach nur hoch. Ah. Nee. Klingt das was? Doch. Kannst du gucken, dass du den, äh... diesen Strahl... hier reinlängst? Warte mal, ich komm selber. Hier... und da. Siehst du das? Hinter dir? Siehst du das? Und jetzt gehst du rein? Und setzt... Geh mal rein. Warte, lass mich das hier. Und jetzt setzt er... hier einen hin... und... zurück, genau. Und was ich jetzt mache, ich nehme jetzt den Würfel... und... und... wie wirst du das Ding? Aber ich kann ihn gar nicht... Aber du... kannst den Ball aber hoch... reinlegen. Ja. Und jetzt rennst du schnell rum... und... ne, ich... Nein, ich kann nicht rum ran. Sonst geht das kaputt. Ja, das ist ja der Sinn der Sache. Muss ja bloß hier drin liegen. Ja, aber... sonst wäre da... innerhalb gerade irgendwo gekommen. So. Ah, ja. Und jetzt sehe ich, wo das hinführt. Warte. Hallo. Wo ist denn der Ball hin? Ach, da. Ah, ja. Komm her. Hast du denn den da drauf? Ja. Komm her. Stell dich auf die Plattform. Du bist da. Warum? Warum? Ne. Zeig das hier nicht mehr an. So, egal. So, jetzt lege ich den hier drauf. Oder unterbreche das Ding. Ne, warte mal. Durch die Unterbrechung geht nur das hier. Hoch und runter. Wenn da... Wenn der Würfel da drin ist, gefahren wir hoch. Lass erstmal hochfahren. Aber... Wir müssen gucken, wie wir das mit dem Würfel da machen. Ähm... Ah ja, warte. Jetzt... Ne. Schütze einfach ist das gar nicht. Der Strahl muss jetzt unterbrochen sein, ne? Kann ich mal was testen? Jetzt hast du den... Bei bloß da rausgeklaut. Ja. Das ist das dann irgendwie... Wenn man die Portale dann nachher weg macht. Ja. Jetzt bin ich oben. He. Kommt. Ähm... Warte mal, wir können ja hier noch die Portale setzen. Ja klar, wir können auch hier die Portale setzen. Komm her, Jenny. Ja. Ja. Ähm... Äh... Das Ding noch setzen? Oder nicht setzen? Ja, du... Du nimmst den, äh... Den... Diese... Ja, setzt den. Genau. Achso, okay. Und nimm mal dieses... Ding hier mit. Dieses Kraftfeld. Als Portal. Welches Kraft... Achso. Ja. Ja. Und setzt das hier hin. Äh, Moment. Hier hin. Ja. Und... Setz... Stell dich auf den... Auf die Plattform. Und du den da rein. Einfach reinlegen. So, jetzt bin ich nämlich hier oben. Ach nee, warte mal. Äh... Setz mal... Geht das? Wenn du das Kraftfeld hier hinsetzt? Dass das da rauskommt? Über meinen lilanes? Schieb's. Okay. Okay, warte. Ich... Ich hatte es glaube ich gerade. Jetzt habe ich es wieder irgendwie vor... Ja. Euhm... Nee. Ah, das ist doch blitiert. Ich komme doch nochmal mit runter. Ich muss mir das doch nochmal von der... Ah, wir brauchen den Ball hier. Aua. Du weißt wie? Okay. Ich habe ein Portal, wenn ich es jetzt wegsetze. Na? Guck. Und dann kann ich es später hier wieder hinsetzen. Ah... Okay. Also... Nehme ich das hier mit? Äh... Ich muss mit drauf. Ich bin drauf. So. Ah... Sehr gut. Okay, Tötungsmaschinen. Werft einen tiefen Blick in eure neuen schwarzen Seelen und sagt mir, was ihr seht. Regenbögen. Immer noch ein Matsch. Na gut. Gucken wir mal weiter. Warst du wieder am Testen? Jetzt hatte ich auch den Rest gar nicht hier das Ding drin. Naja gut. Beim nächsten Mal. Es wird aber interessant. Auch von der Storyline her. Was uns hier erwartet. Ich bin nervös eigentlich. Ich bin nervös eigentlich. Warum... Warum... Will sie uns zu Tötungsmaschinen ausbilden? Das ist das, weißt du?